hallo leute willkommen auf den ersten und einzigen deutschen youtube kanal für kingdom devmonster mein name ist kim devmonster ich mache let's plays zu dem spiel beschäftige mich auch sonst viel mit brettspielen mag auch sehr gerne videospiele diablo 2 etc und ja hier findet ihr von regeln zu strategie bis über zu sessions eigentlich alles wichtige kickstarter news und auch andere informationen zu spielen die eventuell so ähnlich wie kingdom devmonster sind und nun wünsche ich euch viel spaß auf meinem kanal wenn es euch gefällt abonniert gerne und wenn ihr mich beim spielen begleiten wollt dann schaut gerne auf meinem twitch vorbei kim devmonster bis dann